Mein Name ist Johanna Rogge, ich lebe in Berlin und arbeite hier bei der Young Caritas im Erzbistum Berlin. Ich bin angestellt über das Bonifatiuswerk im Projekt Building Bridges – Digitales Engagement im Generationendialog. In diesem Projekt möchten wir eine Smartphone-Sprechstunde für ältere Menschen auf die Beine stellen, Engagementbiografien sichtbar machen und verschiedene Projekte sowohl digital als auch analog auf die Beine stellen, um Menschen die Begegnung zu ermöglichen und christliche Themen wie die Nächstenliebe oder die Bewahrung der Schöpfung einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ich freue mich auf die vielen Begegnungen in diesem Projekt und grüße Sie herzlich aus Berlin.